Hi zusammen, wir sind Laura, Thomas und Marius und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Gut Hermannsberg. Wir stehen für naturnahen und nachhaltigen Weinbau und unsere Weine sind die Botschafter unserer sieben unterschiedlichen Terroirs hier in den Toplagen an der mittleren Nahe. Mit unserem Videoprojekt Behind the Wines wollen wir euch in Zukunft Einblicke in unseren Arbeitsalltag hier am Weingut geben. Step by step zeigen wir euch hier, wie unsere Weine entstehen. Angefangen mit den Arbeitsschritten draußen im Weinberg bis hin zum fertigen Wein in eurem Glas. Ganz nebenbei lernt ihr auch die Gesichter hinter dem Weingut kennen. Also, stay tuned! Die erste Folge kommt nächste Woche. Dann nehmen wir euch mit in den Keller und zeigen euch, wie die Weine vom 2020er Jahrgang filtriert werden.